turm gewinnen äh huschi matt in 3 schach hier schach matt let's go let's go let's go let's go jetzt deck den verdammten turm ich muss erstmal in die partie kommen ja finde ich rein will man nicht spielen das zum beispiel das ist jetzt falsch weil die c3 spielen weil weil du dann das zentrum deckst und deiner dame die diagonale gibt es etwas aus nee das ist mein lieber ja das stimmt schon der springer steht einfach auf c3 nicht so gut hat nicht so viel perspektive nur deshalb ja wenn die hat gehört ihr von großmeister prüft ja ja ok aber springer c3 kann natürlich machen das jetzt noch nicht weiter wild dame schlägt dame schlägt ja überlegt mit bauern zu nehmen oder wie okay ist natürlich er macht sogar aber stärkt natürlich das zentrum auch so ein bisschen kann man sagen ja aber es ist nicht wert ja dafür die bauern zu verdoppeln müssen jetzt auch wieder runterkommen sind wir natürlich wieder auf einem anderen niveau gerade war ja quasi in der top partie jetzt sind wir hier bei 700 elo und schmeckt denn kokoswasser mein lieber ist sehr gut ja was erfrischendes könnte ich mir jetzt nicht vorstellen an dieser moment schmierst du dir das dann danach auch ins gesicht oder nee ich denke da denkst du an kokosöl das ist was anderes ach das machst du auch ja nee mach ich nicht aber ich glaube daran hast du gedacht mit ins gesicht schmieren manche schmieren sich wahrscheinlich auch kokoswasser ins gesicht kokoswasser meinst du ja bestimmt nee das wäre verschwendung das trinkt man ja da im b6 ne und jetzt sieht man hier schon er geht auf die bauern die sind weich ja also ich glaube einen bauern wird man verlieren ne ja und wenn du das sagst dann wird es ja ich meine ja ja beide bauern sind angegriffen ich weiß nicht wie man beide verteidigen kann ich würde hier einfach auch hier an seiner stelle ja wahrscheinlich einfach abgeben auf die entwicklung setzen genau ja man kann eh keinen bauern mehr deffen deswegen einfach ruchieren man kann hier keinen bauern mehr deffen hast du gesagt ja keinen bauern mehr deffen genau deffen also stumm schalten ne verteidigen mein lieber achso von defense du weißt ja der königslüge von schwarz bisschen einsam der will natürlich auch nochmal raus also springer d4 extrem was kann ne auch solche ideen wie springer schlägt und springer b5 liegen in der luft da haben a4 und springer b5 also da riecht es aber hier ganz gewaltig riecht es ja ich sehe was du meinst ganz kritisch und was sagt die engine dazu die engine sagt hier plus 1 für weiß also nehmen dame nimmt und dann läufer e3 ist der trick läufer e3 in tommy 1 nicht überzeugen der will springer d5 machen der schläge ja der ist krass aber schwarz spielt einfach springer 6 entwickelt sich weiter und dann hat man nichts gekonnt dann kommt läufer schlägt f6 dann gf6 und d4 mein lieber was also springer schlägt springer schlägt f3 g schlägt f3 läufer e7 tum c1 springer f6 würde ich sagen g schlägt f3 was ja g schlägt f3 dame schlägt f3 macht man natürlich jetzt ja man kann auch mit g nehmen aber damit steht f3 auch sehr schön man sollte man mit dem kühlbauer nehmen völlig unsinnig jetzt bedroht man den bahnhof d5 nochmal jetzt musst du den irgendwie decken ich schwitze gerade huschi ey man macht da denn jetzt ja das hier gucken kinder zu hier deine zwölfjährigen schau mal da ne der ist weg der ist weg oh man geil Klaus ist gerade rüber geswitcht von karsen gegen van forrest es kommen oh wer hat gewonnen weiß ich nicht vielleicht zocken die noch ähm so jetzt den bauern auf d5 das war doch dein ganzer plan ja er nimmt hier nimmt er nimmt und man kann nicht gegen nehmen wegen dem pin er macht er sogar stark ja gut aber schwarz steht sehr solide einfach zu Ende entwickeln gibt es eigentlich kein problem das hätte schlimmer ausgehen können für für schwarz hier in der öffnung aber auch für weiß insofern geben und nehmen ne genau so so einfach nehmen oh man was denkt er nach es gibt eigentlich nur Einzug ne eigentlich ja er versucht gerade mit Bauern zu nehmen glaube ich aber das geht natürlich nicht Karls hat in der zweiten Partie einzugig einen ganzen Turm eingestellt ja das sehen wir hier nicht also selten sehen wir das selten sehen wir das nicht what was oh Gott was rechnet er denn da er lässt die Gabel des Grauens zu ach du meine Nase das wird ihm teuer zu stehen oh Gott dann kann man lieber oh 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 wird das die Führung für Team Hoshi ich äh glaub fast dran glaub fast dran ja ich das Ding ist durch ne kann man fast schon sagen ja aber Turm weniger und König in der Mitte ist natürlich ein hartes Brot ja das stimmt sehr hart so Läufer B4 okay ja guter Zug wobei Damen schlägt B7 haben wir jetzt ein richtiger Killer ja Damen schlägt B7 sieht sehr gut aus steht hier ne bam droht auch Turm gewinnen äh Hoshi Matt in 3 Schach hier Schach Matt Schach 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 hier Et und Kahn mein lieber Rainer nein 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 das darf doch jetzt nicht wahr sein Gravy nee let's go let's go jetzt deck den verdammten Turm ich bitte dich ich lehre dich an deck zieh bitte den Turm weg zieh ihn weg deck ihn mach dir ein Luftloch du kannst noch den Turm herschenken solange es nicht Grundrein Matt ist jetzt zieh den Turm nein zieh den Turm bitte mach bitte Läufer E5 Turm B1 Turm C1 ja egal egal gib den Turm ab ist egal Hauptsache du ziehst den die waren so nah dran die waren so nah dran oh Gott Hilfe das ist schon ja ja schade okay komm da mehr B4 dann drohen wir Matt mach mach irgendwann Luftloch nur just in case du grabby ich hatte schon meine Siegermusik an Huschi und wie lautet die ja das ist der der Kam Kam Song achso verstehe ja der Kam Kam Song so jetzt nimm den Bauern auf B7 und mach das hier bring es zu Ende Junge bring es zu Ende oder rette den Springer ja sehr schön sehr schön zweites Leben hier bekommen the grabby das background made ne man kennt das ist jetzt traurig oh je es hat auch den Verlauf der Partie auf den Kopf gestellt okay Toshi Damen ja nimm raus das ist nicht meine Wahl gewesen aber es ist nach wie vor eine Figur ja solange er gleich den Springer zieht das vorhin bitte stell den Springer ein nein ich hoffe noch auf backrank ne ja solange solange die Bauer doch alle hier stehen kann das passieren ja der ist gedeckt ne Springer B5 okay kann man jetzt die backrank machen vielleicht G5 Bishop nimmt und dann Springer E5 Turm nimmt und dann backrank vielleicht irgendwie deine Fantasie ist grenzenlos jawohl weil das ist ja Schach wenn er G5 nimmt und das der deckt auch hier okay okay Springer D4 so weit so gut ja E5 wäre jetzt fast ein Versuch aber ja 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 Rookie Flecken ist hier schwierig ne mit plus 3 das ist das Problem ja vor allem hat er auch ne Minute weniger ja das kommt noch dazu das kommt noch dazu komm backrank jetzt hier irgendwie oder die Gabel auf E5 irgendwann mal durchbringen ja geht doch sogar E5 direkt ah ne ist Schach dann ja ist Schach oh schade oh nein okay backrank ist vorbei okay ist schon mal gut aber kann er sich hier konverten das ist die andere Frage ist nicht so leicht der Turm ist aktiv Springer C6 Springer F5 Springer C6 okay gut dazu 6 oh er geht zurück auf die Grundreihe wer macht jetzt hier backrank wer macht jetzt hier backrank oh stimmt König äh Turm B1 Turm B1 ja B8 ist noch gedeckt aber es liegt in der Luft okay okay komm das wäre dann sind wir hinten glaube ich oder das wäre ein Big Point ja das wäre ein Big Point dann hast du die Hinrunde gewonnen übrigens Roshi ja okay Toschi Springer kann man machen ja naaa kann man auch machen komm gönn ihn dir Grabby gönn ihn dir hol dir das ja saftig ja gut aber 30 Sekunden noch für den Gegner das ist jetzt auch nicht so viel Zeit ja aber zwei Figuren mehr und Schwarz hat nur einen Turm ja das muss ja wohl gehen Hoffnung Hoffnung Bauer hängt jawohl und wir haben den Freiborn generiert Freunde ja das stimmt komm Grabby du kannst es schaffen du hast zwei Figuren mehr das muss doch was wert sein springer die drei jetzt renn los komm renn einfach einfach rennen einfach rennen ja renn renn komm renn weiter weiter immer weiter so einfache Züge f6 f6 ok let's go jetzt komm rein da in die gute Stube spring jetzt hier nochmal nachsetzen nachsetzen immer drauf da ja let's go the Grabby let's go Springer e6 rein in die gute Stube oh komm mach Bischop h2 komm Bischop h2 Bischop h2 bitte Bischop h2 nein 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 zieh irgendwas Bischop h2 mach Zug Junge Bischop h2 oh Gott oh Gott oh Gott mach zieh zieh nein Bischop h2 Bischop h2 ja geil alter Duncan mein lieber krass du bist ein Gewinner ein geborener Gewinner Clapchat geborener Gewinner wie kann er denn auf Zeit verlieren mit zwei Figuren mehr du kannst alles machen du kannst alles machen oh Gott das tut so weh wäre lächerlich wäre besser gewesen hätte wer Grundreim hat gegangen vorhin oh geil das schmerzt noch so mehr die ganze Partie auf Gewinn gestanden und dann auf Zeit zu verlieren mit drei Sekunden Aufschlag ja es stimmt aber auch bei Chess.com das muss man sagen aber bei Chess.com ist die Zeit leider ziemlich klein da unten rechts nicht so schön groß wie überlebt ich habe da selber schon mal auf Zeit verloren deshalb aber du hast selber schon mal auf Chess.com verloren ja 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 mi 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 chat habt ihr recht mi 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 ja es ist so naja gut was sollen wir machen damit geht Team Butch in Führung mit 4,5 3,5 ich hoffe euch hat das Video gefallen wenn dem so ist lasst gerne einen Daumen hoch da abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke dann seid ihr hier immer up to date darüber hinaus wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet schaut euch einmal die YouTube Mitgliedschaft an alle Infos alle Vorteile davon findet ihr wenn ihr auf den Button klickt bis zum nächsten Mal